Bei Real Madrid ist der Wurm drin. Die Königlichen kommen einfach nicht auf die Beine und leisten sich einen Patzer nach dem anderen. Unter Trainer Santiago Solari sollte eigentlich alles besser werden, doch auch der Argentinier bringt die erfolgsverwöhnten Galaktischen nicht an die Spur. Dabei nahm der 42-Jährige drastische Veränderungen vor und verbannte Superstar Isco auf die Ersatzbank. Unter Senedin Sedan war das noch unvorstellbar. Nun hat der Kodisch den nächsten absoluten Stammspieler aus der Startelf geworfen. Unter Senedin Sedan und Julian Lopetegui wäre das noch unvorstellbar gewesen. Nach Isco fliegt auch Marcelo aus Rils Startelf. Laut El Transistor wurde der Brasilianer wegen Übergewichts aus der ersten Elf genommen. Demnach sollen die Mediziner bei Real Madrid festgestellt haben, dass der 30-Jährige 6 Kilogramm Übergewicht habe. Isco, El und Marcelo erleben derzeit keine einfache Zeit. Bei den Blacos Santiago Solari nimmt mutige Entscheidungen vor, doch ob die personellen Veränderungen den Königlichen wirklich aus der Krise hilft, wird von den Fans bezweifelt. Schließlich sind Isco und Marcelo seit Jahren fester Bestandteil der Stammaufstellungen gewesen und somit mitverantwortlich für die großen Erfolge der vergangenen Jahre. Schließlich sind Isco und Marcelo seit Jahren fester Bestandteil der Stammaufstellungen.